Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich sehe gerade meinen Kater, aber um meinen Kater soll es halt nicht gehen. Das habe ich nur... Also das mache ich jetzt nur, weil da den, um den es gehen soll, da ist gerade meine ganze Familie und da kann ich im Hintergrund bellen jetzt ein paar Hunde. Ist immer so. Ist nämlich unser Hund. Also, wir haben einen Hamster gekriegt. Und der heißt Basti. Das ist ein Zwerghamster. Er ist so dunkelgrau bis schwarz. Wenn ihr mich überhaupt verstehen könnt, wegen den Hunden. Und der gehört meiner Schwester. Aber der muss sich halt erst einleben und so. Ich werde noch mehrere Videos von ihm machen. Aber der muss sich halt erst einleben. Und ich habe für euch nur ein paar Sachen gefilmt, was der so macht. Im Laufrad war er noch nicht. Und demnächst werden auch mehr Videos kommen. Aber der ist gestern, ist er glaube ich, zu uns eingezogen. Gestern. Und der muss sich halt erst mal ein paar Tage richtig einleben. Und jetzt kommen ein paar Videos, also ein paar Aufschnitte von ihm. Ein paar habe ich so zusammengefügt, was er so macht. Und viel Spaß. So, bis zum Mal. Bis zum Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018